Hey Bruno, warum gehst du denn weg? Möchtest du heute nicht gestreichelt werden? Na Bella, aber du möchtest. Komm mal her. Bruno, komm doch wieder raus. Was hat er denn nur? Ihr habt bestimmt schon großen Hunger. Anna kommt gleich mit Futter. Ich hab hier eine Möhre und Kräuter. Greta, willst du die Möhre füttern? Ja. Hey Bruno, komm doch raus. Hier gibt es etwas zu essen. Das ist lecker. Ja, lass es dir schmecken. Hey Anna, Bruno will nicht fressen. Echt? Das ist aber komisch. Vorhin wollte er auch nicht gestreichelt werden. Was hat er denn nur? Vielleicht sollten wir es Papa sagen. Wenn Tiere aufhören zu fressen, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ja, sagen wir es Papa. Papa, mit Bruno ist irgendetwas. Er frisst nicht und er will auch nicht mehr kuscheln. Ist er draußen? Ja. Hey Bruno, altes Haus. Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut? Wir sollten mit ihm gleich morgen früh zum Tierarzt. Na Greta, malst du noch? Ja, ich male noch ein Bild für Bruno. Ich wollte dir gute Nacht sagen. Gute Nacht, Anna. Hoffentlich geht es Bruno morgen wieder gut. Anna, bist du fertig? Ja Greta, ich komme. Wir gehen kurz zu dem Meerschweinchen. Okay, aber nicht so lange. Wir wollen gleich frühstücken. Okay. Na Bruno, wie geht es dir heute? Bruno? Bruno? Oh nein, Greta. Bruno bewegt sich nicht. Hol schnell Papa oder Mama. Ja. Oh Bruno. Papa, Mama, kommt mal schnell. Bruno bewegt sich nicht mehr. Was? Ja Papa, kommt schnell. Oh nee, ne? Na Bruno, was ist mit dir? Papa, ich glaube Bruno ist... Ja Kinder, wir können für Bruno nichts mehr tun. Er ist leider gestorben. Oh nein. Oh Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, ich weiß Anna. Ach Greta. Aber Papa, wir wollten doch mit ihm zum Arzt. Hm, der hätte wahrscheinlich auch nichts mehr ausrichten können. Bruno war nicht mehr der Jüngste. Aber vielleicht schläft er nur. Nein Greta, leider nicht. Wir müssen ihn beerdigen. Ja, das machen wir. Bei uns im Garten, dann ist er immer in unserer Nähe. Was heißt beerdigen? Wir verabschieden uns von Bruno. Wir legen ihn in eine Kiste und bedecken die Kiste mit Erde. Und dann pflanzen wir eine schöne Blume darauf. Ich habe mir überlegt, dass das hier ein schönes Plätzchen ist für Bruno. Ich habe ihm eine Kiste geholt. Und ich eine Decke, damit er nicht friert. Das ist eine sehr schöne Idee, Greta. Dann legen wir ihn jetzt in die Kiste. Mach's gut, Bruno. Hier hast du noch die schöne Decke, die Greta dir gebracht hat. Mama, jetzt ist Bella bestimmt auch grauig. Ja Greta, das glaube ich auch. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen mehr um sie kümmern. Sie wird Bruno bestimmt genauso vermissen wie wir. Möchte noch jemand was sagen? Ja, ich. Tschüss Bruno, es war schön mit dir. Ich habe dich ganz toll lieb. Das sind aber sehr schöne Blumen, Mama. Da wird Bruno sich freuen. Papa, ich bin grauig, dass Bruno nicht mal da ist. Ich auch, Greta, ich auch. Du hast mal gesagt, Oma Grätsel, die schon gestorben ist, ist im Himmel. Aber Bruno ist jetzt in der Erde. Kommt er nicht in den Himmel? Doch Greta, in der Erde ist nur der Körper. Seine Seele ist im Himmel. Was ist die Seele? Die Seele, das sind Gefühle und die Gedanken, das, was Bruno und deine Oma ausgemacht hat. Und jetzt gibt es Bruno mit Oma im Himmel und Oma streichelt ihn. Ja, Greta, daran glaube ich ganz fest. Denn ist er ja gar nicht allein. Vielleicht spielt er auch mit anderen Meerschweinchen. Bestimmt, Greta. Das wäre ja schön, Papa. Das wäre ja schön, Mama.